So und da sind wir wieder mit der Frau Kassandra Und in der letzten Folge haben wir die Schatzkiste noch immer gefunden Bis jetzt auch noch nicht Ich würde sagen wir machen die eine Quest fertig, was man da... Familienwerte, genau So, jetzt müssen wir zum Schmied, so. Ja leider kann man das nicht abschließen, das ärgert mich schon noch ein bisschen Einfach die Dinge nicht, ne? Ich brauche Licht. Nein, aber nicht, ich brauche die Schatzkiste Aber wie gesagt, ne, wir finden die nicht hier. Irgendwie wird die nicht angezeigt Obwohl können wir das noch probieren Vielleicht ist da in der Höhle etwas versteckt Da ist der Engel Verklaren So Okay Jetzt haben wir das 10.000, Gott, äh, XP Für Für, ich weiß es nicht So Geht's hier lang, oder? Da ist ne Kiste Ich glaube, es ist nicht verfügbar Vielleicht haben wir gleich was da So So So, Herr Icarus Besteht dieser See aus Blut? Ich frage mich, was sein Wasser rot färbt Was ist das, was ist das denn, ich glaube, in der Hand Und ich glaube, ich glaube, es ist das Rote Note. Wie wäre denn sowas von Sturm jetzt gerade? Jetzt andere nach oben. Ui, ui, ui. Ui. Das war eine knappe Geschichte jetzt nur. So. Gibt es hier irgend noch etwas? Ein kleines Lager. Gibt es noch was? Ist das ein Söldner? Lieg mal rüber da, Ignorius. Äh, Ignorius. Genau, Ignorius. Sehr schnell unterwegs, ne? Bis hier. Höhleneingang. Mit ein paar Typen. Naja. Können wir aufmischen, ne? Ich lass mich schon wieder ablenken. Warte mal. Da ist eine Schlacht in Gange. Müssen. Wir haben dir richtig schon geschwächt, anscheinend. Noch mal zu machen, unseren Gaul. Vorher will ich dich da töten alle da drüben. Hallo. Die Binks, die Cassandra. So. Die Binks, die Cassandra. Uh. Noch mal schauen. Da haben wir ja zwei Kisten. Drei Kisten haben wir hier. Das schaut sehr gut aus. Nein, rein da, ne? Ein Schild haben wir da. Ah, da haben wir das Schild schon gefunden. Das ist sehr gut, ne? Schönes Cache in die Tasche. Na gut, dass wir da reingeschaut haben, ne? Ja, was haben wir da noch? Ich bin an Materialien. Boah. Mhm. Wort abgeschlossen. Okay. Aufheben. Werden haben wir da? Eine schöne Katze. Einen weißen Sleepy hat sie an, okay? Okay. Jetzt ist es nur mehr oben. Essen und so. Wo muss das krallen? Na, weil wir schon mal da sind, ne? So. Lass, Cassandra. Ob und zu bist du schon sehr unbeholfen, Cassandra, ne? So. Hier rüfft er. Magst du nicht das... Ja, dann. Lasst los. Lasst los, Cassandra. Lasst los. So. Okay. Dann haben wir die Gauner. Dann haben wir die Quest fertig, ne? Anscheinend. Obwohl, ne. Wir haben ja was vor, jetzt, ne? So. Ich geh mal hier lang. Schau mir die Lage von oben an. So. Und da. Da ist ja auch ein... Ach, Gott. Hm. Dann ist es geißen. Ja, sie ist mir hier. So. Der hat mich da irgendwie bedroht. Okay. Dann haben wir den befreit. Ja, passt. Und jetzt probieren wir die große Schlacht, ne? Das lacht mich schon wieder an, da drüben. Das zieht mich wieder. Verdammt. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar einfach so. Was brennt denn da jetzt? Die ganze Hütte, oder wie? Will der lager auf den Hügel, gell? Solange die abklingst sind, ne? Warum nicht? Das ist furchtbar. Bär irgendwo, ne? Cassandra, du bist super. Gut, gut, gut. Was ist da los? Was? Also wir können Adrana, Adrana, Adrana. Dann hab ich schon probieren. Spirchen. Gib mir mal den Schild. Verdammt. Verdammt. Ja, scheiß drauf, ne? Machen wir es halt nochmal. Hm. Da, 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 da. Schus, schus. Eroberung, Schlacht. Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Was, müssen wir das nochmal machen? Ne. Okay. Gib mir mal schauen. Icarus. Ah, das ist wieder wie Popcorn, ey. Bei uns unten ist da auch. Bei uns sind jetzt drei Typen. Aushund. So. Okay, da wüsstest du nicht alles. Warte. Warte. Anmach Wunty. So. Komm, wir schnucken. So. 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 Dann haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir es nochmal an. Bin schneller, Cassandra. So. Brosantra. So. 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 Das geht nicht so. Schade, schade, schade. Oh, hier geht's noch. Will mir da jemand ein Zeichen geben? Mhm. Zack, bei oben liegt er schon. Eine Kiste haben wir schon. Ist da jemand? Nee, nee. Sehr schön. Malacca. Wie scheiß bist du? Oh, Cassandra, du bist so eine Preife. Nein. Ich muss den ja aufheben. Verschwindel für Ares! Komm zurück und kämpf gefährlich! Oh, das ist ein Schildmann! Oh, du Scheiße! Oh, du Scheiße! Oh, wie geht's? Oh Gott! Verdammt! Ja, Cassandra, leg dich nieder! Ja. Und ein Hocheinge noch dazu! Wie wunderschön, ne? Die Scheiße nochmal machen, ne? Wir müssen die Scheiße machen, ne? Oh, wie, oh, wie, oh, wie. Oh, wie, oh, wie, oh. Die Kier ist ein Schwein. Na, was gibt's das. Da. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Komm her. Ja. Schön. Hat mir gefallen. Wir brauchen ja ein bisschen, ne? Energy auflaufen. Und dann können wir wieder rein da. Ein bisschen aufmischen, Burschen. Guck dich mal. So, wie schaut's denn da aus? Eins, zwei, drei. Irgendwie sind wir. Oh, das schaut schon gut aus. So. Sehr gut. Schau mal, Feuer. 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 Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, das ist aufhört. Komm her da. Ich lösch die. Komm her. Komm, lass mich dich erleben. Ich lösch die. So. Danke. Pfeifert. Suchen. So war's. Ach, verdammt. So hab ich ihn belündern können. Wo wollten wir jetzt denn hinschauen? Den wollte man nicht anschauen, weil der ist ein bisschen gaga mit seinem Label 42. Wir wollten jetzt mal da. Genau. Wir können jetzt ein bisschen fighten. Sehr gut. Ich komme da raus. So. So ein Pferd holen. Dann geht nicht. Letzter. Los ist. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Du bist zu langsam. Bella. Kämpfen die Gegner. Ach, du Scheiße. Das Fehl bringt mich auch mal. Ja, scheiße. Was war das jetzt wieder? Ja, bitte. Da haben wir einen guten Lauf wieder, ne? Einen guten Einlauf, ja. Wenn man kriegt. Die macht sich das Scheiße selber, oder? Wo komme ich da rauf? Ich da. Oh, Scheiße, Alter. Oh, Scheiße, Alter. Eieieiei. Drüben ist mein Karte-Zettel, oder? Oh, Scheiße. Wir haben auch das Karte-Zettel fertig. Ich schaue da zu, jetzt. Was kriege ich noch auf den Deckel? Hoppala. Das ist die Dach-Zettel. Los! Das ist kein schöner Anhalt. Anhalten! Was ist denn jetzt mit euch, Alter? Ich habe mich gefragt, Alter. Jetzt angerannt, jetzt. Ich habe mir zugeschaut. So, die Scheiße, echte. Da machst du Nüsse, ne? Na, beruhigt's euch, bitte. Ich wollte mir mein Quest machen, da. So, ne, Scheiße, echte. Wie geht denn da? Wann schlafen gehen? So, so. Oh Mann. Wir haben jetzt nichts gemacht, ne? Dann kriegen wir da wieder eingeschränkt, ne? So. Ich bin jetzt beruhigt. Da fährt jetzt mit dem Christaverer rein. So. So. Die mächtige Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Du kommst gerade recht. Nun können wir die Grenzen der Athena angreifen. Wenn du dich uns anschließen willst, versteht sich. Okay, Hoppelit. Ich kämpfe. Gut. Wir können dein Schwert gebrauchen. Hm. Viel Farb da, ja? Hilfe! Aua! 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 ja wo ist der hauptmann Ach da. Schneller, schneller, das muss schnell gehen. Sehr gut. Wissen Sie! Mach weiter so! Was ist denn jetzt los? Verdammte Scheiße. Na bitte. Ganz selten auch. Dein Blut wird über die Erde fliessen. Geholt die Schnauze, oder? Wer glaubt, du würdest leben, denn komm! Halt mir das! Oh! 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 Jetzt muss ich mehr sofort auch noch. Oh! Oh! Kämpft für den Ruhm! Ah, stirb ein bisschen! Oh, Stricher! Entschuldige, ich musste vorbei! kinder Ich bin der nächste Zeit. Wie ist es zu sagen? Wie ist das denn? Ich bin der höchste Perfekt. du hast dich jetzt einen Erfolg. Ich bin der meter. Wie ist das denn, wie ich drinste? Ich bin der Schlagers, wie ich drinste. Oh ja, das ist es, na? Was? Wie? Wie? Wie groß ist es am Start? Schlech, 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 schlech! Für Sparta! So, wo ist halt der Letzten? Gibt es die Namen ihm noch? Schaut gut aus, ne? Warte vor! Gibt es ... Was? Laufs nur. Viele Striche. Eroberung Volkreich. Sehr gut. 12.500 haben wir gekriegt. So. Schauen wir mal, ob wir was kassieren. So, da höre ich nichts mehr. Da liegt noch einer. Okay. Ja, das war's, glaube ich, ne? Ja, haben wir das erfolgreich hingekriegt, ne? Und ich sag mal, ciao, ciao, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.